So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Schachschule nach längerer Pause. Gucken wir uns mal wieder eine Schacheröffnung an. Wir haben uns ja die meisten großen Öffnungen im Rahmen dieser Serie schon angeguckt, was man so auf E4 alles machen kann, was man so auf D4 alles machen kann. Die englische Öffnung C4 haben wir auch schon gesehen. Und aus aktuellem Anlass gucken wir uns heute eine Variante an, die zuletzt an Popularität gewonnen hat. Und zwar, ich habe sie die Vincent Keimer-Öffnung getauft. Ich weiß nicht, ob das ganz fair ist. Diese Variante ist schon länger da draußen unterwegs. Ich meine nicht den Zug Sprenger nach F3, sondern wozu wir gleich kommen, nämlich Sprenger nach F3, gefolgt vom Bau nach E3. Aber in letzter Zeit war es insbesondere Vincent Keimer, der damit große Erfolge feiern konnte bei seinem Vize-Weltmeistertitel im Schnellschach. Da hat er die Variante mehrfach angewendet, damit Nepomneshi und Wiedit auf der Zielgeraden geschlagen. Und es ist eine Öffnung, die mehr und mehr an Popularität gewinnt, die man als Weißer auch relativ kompakt einstudieren kann. Ich würde nicht behaupten, dass Weiß zwingend einen Öffnungsvorteil kriegt. Aber es ist eine Variante, die wir ernst nehmen müssen. Und bevor ich zu viel darüber erzähle, gucken wir uns erstmal an, wovon ich spreche. Ich spreche nicht unbedingt von dem Zug. Er ist ein Sprenger nach F3. Den spielen sehr, sehr viele Leute sehr regelmäßig. Sondern von der Idee, auf Bau nach D5, jetzt nicht Bau nach D4 zu spielen. Das würde zurückgehen zu den typischen Damen-Gambit-Stellungen. Nach Sprenger nach F6, Bau nach C4. Das ist für Londoner Systemfreunde. Geht auch noch nach F4. Bau nach C4 und alles, was wir schon kennen. Bau nach E6, Bau nach C6. Es wäre jetzt Slavisch. Und das machen viele Sprenger nach F3-Spieler, die Sprenger nach F3 eher mit der Intention spielen, auf zum Beispiel Sprenger nach F6, jetzt D4 erstmal zurückzustellen und hier Bau nach C4 zu spielen. Was übrigens auch Keimer und die meisten Spezialisten in dieser Stellung spielen. Hier spielen sie meist nicht E3, wenn Schwarz sich noch nicht auf D5 festgelegt hat. Sondern hier Bau nach C4 zu spielen und dann entweder es zu versuchen, dem Schwarzen ein bisschen schwieriger zu machen, sagen wir Grünfeld-Indisch zu spielen, weil der Bauer auf D2 noch hinten steht. Und hier hat man jetzt gemeine Varianten, wie Bauer nach H4, von Bauer nach H5 oder auch, wenn Schwarz jetzt Bau nach E6 spielt, jetzt noch nicht sofort D4 zu spielen, sondern entweder Sprenger nach C3 oder auch Bau nach G3 zuerst oder natürlich den Zug Bau nach E3, trotz allem, nachdem sich Schwarz auf E6 festgelegt hat. Sprich, Sprenger F3 ist schon seit langer, langer Zeit ein beliebter Zug, um einige der populärsten Schwarzen Eröffnungen gegen D4 ein bisschen zu erschweren, wie Grünfeld-Indisch, wie Nimm-Zo-Indisch, indem wir den D-Bauer erstmal zurückstellen. Aber die große Frage ist, was machen wir auf D5? Gerade in der Weltspitze ist es so, dass die meisten Schwarzspieler bereit sind, diese Stellung mit Schwarz zu spielen und hier Bau nach E6 und jetzt nach Sprenger nach C3, eins der vielen populären Systeme. Man kann, da kann ich genau zählen, sieben oder acht vernünftige Züge gibt es hier, ne? Bau nach C6, Bau nach C5, Laufen nach E7, Laufen nach B4, D schlicht C4, Sprenger BD7, Bau nach A6 in der Zeit und kommen. Und gerade auf Top-Niveau gibt es so ein paar Blocker-Systeme, wie dieses C5C schlicht D5C schlicht D4, wo Schwarz in letzter Zeit keine Probleme hatte. Raghosin auch sehr, sehr gut dasteht, auf einer E7 nie widerlegt. Also viele haben hier drauf keine Lust. Natürlich kann man katalanisch spielen, was auch die meisten Top-Leute hin und wieder machen, aber auch gegen katalanisch. Schwarz natürlich eine Handvoll etablierter solider Systeme. Sprich, die Wahlspieler sind auf der Suche nach frischen Wegen und das ist, wo unser heutiges Thema, nämlich der Zug zweitens nach Bauer nach E3 ins Spiel kommt. Ich habe die Vincent Keimeröffnung getauft. Es gibt auch viele andere Top-Spieler, die regelmäßig so spielen. Ich habe sehr, sehr viel Nakamura-Partien gesehen vorhin, als ich mir das angeguckt habe. Und allgemein ist es ein Trend, der schon seit ein paar Jahren da ist. Aber Keimer ist, glaube ich, der Einzige, der das fast jetzt zu seiner Hauptwaffe erklärt hat. Gerade im Schnellschach und Blitzschach hat er fast exklusiv so gespielt und damit sehr, sehr gute Erfolge errungen. Wir gucken uns erst mal an, was die Idee ist. Der natürlichste schwarze Zug, wir kommen später noch zu Alternativen, ist, den Springer nach F6 rauszuziehen. Und jetzt, das Spiel weiß, Bauer nach C4, challengiert das Zentrum. Weiß würde gerne seinen nicht ganz zentralen Bauern gegen diesen zentralen Bauern tauschen und damit mehr Bauern im Zentrum kriegen. Das heißt, schwarz versucht diesen Punkt normalerweise zu verteidigen. Und die gängigen Wege, das kennen wir schon als erstes D4, sind Bauer nach C6 oder Bauer nach E6, um hier einen Fuß im Zentrum zu behalten. E6 populärer. Wir fangen kurz an mit Bauern nach C6. Schwarz sagt, ich wäre bereit, hier zur slawischen Verteidigung überzugehen, wenn du Bauern nach D4 spielst. Wo nach Schwarz einen der Hauptzüge spielen könnte, zum Beispiel auf einer F5 mit viel Theorie. Aber wieder kann Weiß davon profitieren, dass er den Bauern auf D2 noch nicht gezogen hat und mit Springer nach C3 anfangen. Und das hat ein paar Vorteile im Vergleich zu sofortigen D4. Insbesondere, dass Schwarz jetzt nicht so leicht fällt, seinen Läufer zu entwickeln. Wenn er diesen Läufer jetzt entwickeln würde, auf einer F5, sieht logisch aus, dann spielt Weiß weiter nicht D4, sondern versucht sofort hier den geschwächten Damenflüge anzugreifen. Mit C schlicht D und Dame nach B3. Und wir sehen die Schattenseiten dieser frühen Läuferentwicklung. Der Bauer ist angegriffen. Bau nach B6 zu spielen ist so gut wie immer schlecht. Es schwächt hier diese Felder. Weiß könnte sofort bestrafen. Wir laufen nach B5 Schach. Irgendwas muss dazwischen ziehen und Weiß gewinnt einen Bauern. Springer nach C6 wäre eine Gambit-Variante. Das gibt es. Funktioniert aber hier auch nicht gut. Nach Damenschlicht B7. Jetzt sagen wir Läufer nach D7 und Springer nach B5. Wieder sitzt Weiß am längeren Hebel. Also als Schwarz hier eigentlich nichts besseres, als Läufer nach C8 zurückzuspielen. Was natürlich ein bisschen traurig ist und nicht wirklich die schwarze Intention war, als der Läufer nach F5 gespielt hat. Schwarz hat natürlich nicht gezwungen, Läufer nach F5 zu spielen. Er kann hier Bau nach E6 spielen. Aber damit hätten wir eigentlich die schwarze Intention bei Slavisch diesen Läufer gut zu entwickeln. Schon unterbunden. Und nach Bau nach E6 kann Weiß sich überlegen. Gehen wir über, so wie ich es eben bei Blitzen gemacht habe, mit Bau nach D4 in das sogenannte Semislawisch. Oder spielen wir mehr im Spirit dieser Eröffnung. Erstmal Bau nach B3, Läufer nach B2 und Dame nach C2. Auch mit interessanten Spielen. Also Slavisch ist kein Problem für die Zugfolge. Es erweitert eigentlich nur die weißen Optionen. Das ist der absolute Hauptzug, den auch fast die gesammelte Weltelite spielt. Hier der Zug, Bauer nach E6. Und das ist auch der Grund, warum dieser Plan viele Jahre als relativ harmlos galt. Schmehr F3, E3, C4. Weil schwarz gesagt, ich spiele E6. Ich habe diesen Bauer noch nicht festgelegt. Nach C6. Und das nächste Spiel läuft E7, Rochade. Dann Bau nach C5 und kriege ich relativ bequemes Spiel. Das ist auch nach wie vor nicht falsch. Aber die Praxis hat gezeigt, dass die Sache bei Weitem nicht so einfach ist. Und das weiß hier absolut auf eine volle Partie hoffen kann. Was tatsächlich eine neue Entwicklung ist, weil wir ja gerade in den ganzen Hauptvarianten, sei es E4 oder D4, über die ich eben gesprochen habe, es häufig nicht leicht haben, eine volle Partie zu kriegen. Es ist natürlich so, je mehr Schmehr F3, E3 gespielt werden wird, desto mehr wird auch hier die Theorie noch entwickelt werden. Und vielleicht sagt man irgendwann, ja, ist so ausgelutscht. Können wir nicht mehr machen. Im Moment ist es noch eine Spielwiese, wo sich beide Seiten ganz gut austoben können. Und wir gucken uns mal die Pläne an. Weitem möchte man noch nicht Bau nach D4 spielen. Den Zug könnte man natürlich machen. Und das wäre eine Störung, die man typischerweise über Bau nach D4, sagen wir Sprenner F6, Bau nach C4, Bau nach E6, Sprenner F3, Bau nach D5 und jetzt Bau nach E3 kriegen würde. Das gibt es, wird auch häufiger gespielt. Schwarz hat hier viele Möglichkeiten auf einer E7, Bau nach B6. Bau nach A6. Aber es gilt nicht als besonders gefährlich für Schwarz. Deshalb ist die Weiße Absicht eigentlich weiterhin den Zug D4 erstmal zurückzustellen. Als Faustregel können wir uns merken, wenn Schwarz irgendwann C5 spielt, dann möchte Weiß häufig auf D5 schlagen und auf E schlicht D5 dann später mit D4 reagieren. Aber bis das nicht passiert, will er häufig den D-Bauern nicht anfassen. Hier gibt es zwei Hauptzüge für Weiß, die Kaima auch schon beide angewendet hat und die häufig ineinander übergehen. Diese Züge sind Springer nach C3, einer mag nach der logische Zug oder Bauer nach B3, um erstmal den Läufer zu vieren kettieren und dann den Springer rauszuziehen. Und wieder mit der Absicht. Den D-Bauern noch flexibel zu halten. Beide Züge können zur selben Stellung führen, insbesondere in der Hauptvariante nach Läufer nach E7. Jetzt würde Weiß B3 spielen, kurz noch gerade und Läufer nach B2. Das gucken wir uns gleich ein bisschen detaillierter an. Aber gucken wir uns vorher einmal die Unterschiede an, die Vor- und Nachteile. Der Hauptnachteil meiner Meinung nach ist, wenn Weiß mit B3 anfängt, dass Schwarz jetzt sofort raumgreifend C5 spielen kann. Und ich hatte eben erwähnt, wenn Schwarz C5 spielt, möchte Weiß häufig reagieren mit hier schlagen und dann den Bauern irgendwann nach D4 stellen. All diese Pläne sind hier nicht so gefährlich. Wenn Weiß zu früh D4 spielt, wenn Schwarz häufig sehr, sehr aktiv werden, Läufer B4 Schach ausnutzen, das Weiß sich früh festgelegt hat auf diesem B3 Läufer B2. Das ist nicht so toll. Die Hauptzüge in dieser Störung, sowas wie Läufer nach B5, Läufer nach D6 und jetzt D4 oder sagen wir Rochade, Rochade D4. Das ist eine Theorievariante, die nicht besonders Furchte an Flüssen für Schwarz ist. Nach C schlägt D4, Sprenger schlägt D4. Müsst ihr ja nicht alles merken, ich zeige nur für Kontext, wo das Problem ist. Schwarz hat Schwarz einen sehr schlauen Zug, der diese Variante, ich weiß nicht, ob er beerdigt hat, aber weniger attraktiv gemacht hat, aus weißer Sicht. Er hat zwar sein strategisches Ziel erreicht hier, er hat Schwarz einen Isolani verpasst, einen Bauern auf D5, der nicht mehr von den Kollegen Bauern verteidigt werden kann, aber das hier ist eine sehr gute Version für Schwarz. Und der Trick, den Schwarz hier hat, ist Läufer nach C7 zu spielen, mit der Absicht, das Feld D6 freizuräumen für die Dame und damit indirekt diesen Springer hier zu verteidigen, zum Beispiel Springer schlägt C6, B schlägt C, R schlägt C6. Läufer schlägt Schwarz gewinnen mit Dame nach D6 und Doppelangriff auf die Beine. Das waren wir jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ich weiß, ich wollte hauptsächlich aufzeigen, warum ich Bauernacht B3 für die weniger gute Zugfolge halte. Schwarz spielt C5 und egal welche Zugfolge, weiß spielt, sagen wir Läufer B2, springen nach C6. Man landet immer in einer Version dieser Stellung, wo Schwarz den Läufer noch nicht auf E7 festgelegt hat und der Läufer deshalb aktiver nach D6 gehen kann. Und ich konnte hier nie viel entdecken aus Weißen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Springer nach C3 wird häufiger auch gespielt. Schwarz hat ein aggressives Bauernacht D4 spielen kann und es wäre kompliziert, aber aus meiner Sicht ist Bauernacht C5 ein gutes Gegengift gegen den Zugbau nach B3. Und deshalb fangen die meisten Spezialisten, ich glaube Winzeln auch in letzter Zeit, verstärkt mit Springer nach C3 an. Und der Punkt ist, wenn Schwarz jetzt C5 spielt, dann sind wir noch nicht festgelegt auf Bauernacht B3 und können hier zum Beispiel schlagen und jetzt Bauernacht D4 spielen oder erst ein Schach geben. Was auch keineswegs unbedingt Gewinnvarianten sind, aber das führt zu vollerem Spiel, wo Weiß sich halt noch nicht festgelegt hat auf B3 oder auch nach B2. Und deshalb durchaus Chancen hat, auf Vorteil zu spielen. Hier nach C schlägt D4. Ich habe vor kurzem Springer schlägt D4 gespielt. Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich bei der nächsten Gelegenheit E schlägt D4 spielen, was ein bisschen langweilig aussieht, weil die Bauern in der Mitte natürlich jetzt eine ziemlich symmetrische Struktur sind. Aber Weiß hat leichten Entwicklungsvorsprung und solche Störungen sind häufig giftiger, als man denkt aus schwarzer Sicht. Also ich glaube, dass Weiß hier Chancen hat, ein bisschen auf Vorteil zu spielen. Auch hier gibt es viel Theorie. Schwarz kann zum Beispiel mit Läufer D6 auch anfangen. Aber diese Störungen bieten Weiß, glaube ich, eine ganz gute Chance. Deshalb ist Bauernacht C3 kein so großes Problem. Ein eigenständiges Problem, das diese Zugfolge hat, das Bauernacht B3 nicht hat, ist, dass jetzt deflegt C4 ein interessanter Zugang ist. Sieht mir ein bisschen unlogisch aus. Man könnte sagen, er hätte schwarzer die ganze Zeit machen können und Weiß schlägt dann mit dem Läufer in einem Zug zurück. Aber der Springer auf C3 steht nicht so ideal für diese D-schlägt-C4-Stellung, die ein bisschen verwandt sind mit dem sogenannten angenommenen Damenkambit. Angenommenes Damenkambit, ihr kennt es vielleicht, das Bauernacht D4, Bauernacht D5. Und hier würde Weiß nochmal aber nicht freiwillig den Springer nach C3 spielen, weil der Springer später nach A6 und B5 von diesen Bauern gejagt werden kann. Deshalb zurück zu unserer Variante. Ist in der Springer C3, D-schlägt C4 durchaus ein ernstzunehmender Zug. Und das ist ein Vorteil, den B3 hat. Jetzt ist D-schlägt C4 nicht so stark, weil der Springer zum einen noch nicht auf C3 steht, zum anderen könnte Weiß, wenn er wollte, mit dem Bauernacht D6 schlagen. Ein bisschen mehr Raum im Zentrum gewinnen. Also rein Zugfolgenmäßig ist das der Nachteil von Springer nach C3. Aber auch diese Störung ist natürlich noch voller Leben nach Bauernacht A6. Weiß jetzt mehrere Möglichkeiten. Keim hat zuletzt einmal A4 gespielt, noch einmal E4 gespielt. Auch ein interessanter Zug, wonach das Spiel sehr kompliziert werden kann. Weiß möchte den Bauernacht E5 pushen und dann D4 im richtigen Moment spielen. Die Störung kann sehr spannend werden. Zum Beispiel Bauernacht B5, Laufernacht B3, Bauernacht B4. Bisschen zu aggressiv. Weiß konnte er mit Bauernacht E5 und kriegt eine gute Stellung. Trotzdem, hier gibt es viel Raum für Theoriediskussionen. Nach Bauernacht C5 zum Beispiel, Bauernacht D4. Schlägt, entstehen sehr komplizierte Stellungen. Aber nur für Kontext, um zu erklären, warum Springer C3 kein No-Brainer ist, sondern manchmal auch mit B3 angefangen wird. Nach Springer C3 ist D schlicht C4 stärker, nach B3 ist C5 stärker. Und das ist, was Weiß bei seiner Zugfolge abwägen muss. Die Idee ist immer, erstmal Springer C3, B3 Läufer B2 zu spielen und dann je nach Situation im Zentrum zu reagieren, D4 erstmal zurückzustellen. Und ich denke, dass Springer C3, die etwas, das kleinere Übel ist, die etwas bessere Chance hat. So, kommen wir jetzt zu dem Hauptzug aus schwarzer Sicht. Danach kommen wir zu Alternativen an. Was die Springer normal zu machen, ist, den Läufer nach E7 zu stellen. Natürlicher Zug. Und dann planen zu rochieren. Und dann weitersehen. Bau nach C5 oder Bau nach B6 Figuren. Weiß bleibt bei seinem Plan. Das wissen wir ja schon. Er möchte sich noch nicht zu D4 committen. Er möchte jetzt den Läufer hier entgetieren. Und wichtig ist hier, dass schwarze Jetsaufläufer E7 festgelegt hat. Das heißt, sobald er C5 spielt, steht der Läufer nicht ganz ideal für diese C-D-E-D-Störung. Und nach Weiß dann später mit D4 guter Gegner. Schwarz rochiert normalerweise erstmal. Weißspiel laufen nach B2. Und jetzt muss schwarze ich entscheiden, was er tun möchte. Und in dieser Situation ist C5 in der Tat der Hauptzug. Schwarz kann auch B6 spielen. Kommen wir gleich noch zu. Aber C5 ist der gängige Zug. Schwarz möchte diesen Springer nach C6 entwickeln. Das ist krank komisch, ne? Springer nach C6 entwickeln, ohne sich den C-Bauern zu verstellen. Vielleicht hier D4 spielen, um diesen Läufer vom Spiel auszusperren. Und wir wissen schon, wenn schwarze C5 spielt, dann wollen wir normalerweise reagieren. Indem wir hier in der Mitte schlagen. Und dann je nachdem, wie schwarz zurückschlägt, vielleicht Bauern nach D4 spielen. Also C schlicht D5, der einzig vernünftige Zug hier, wird auch meistens gespielt. Schwarz hat die Wahl, er kann man den Bauern schlagen oder er kann man den Springer schlagen. Wenn der Bauern schlagen, sieht er erstmal normaler aus, behält hier mehr Bauern im Zentrum. Aber jetzt spielt weiß D4, den Zug, den er zurückgestellt hat, gewartet, bis diese Zentrumstruktur geklärt ist. Und das ist eine ganz gute Version für weiß. Nachbau nach D4. Weil es immer in der Luft liegt, dass schwarz diesen Isolani verpasst kriegt mit D schlicht C5, wonach er den Bauern nicht mehr wirklich verteidigen kann. Er kann versuchen, B6 zu spielen, aber auch die Struktur ist nicht besonders angenehm für schwarz. Weiß würde sich weiterentwickeln, Tom, C1-Läufer, D3. Und dann bei Bedarf kann er immer noch auf C5 schlagen. Schwarz die sogenannten hängenden Bauern verpassen. Das ist nicht besonders toll. In der Praxis spielen die meisten jetzt Sprenger nach C6. Aber schwarz hat latent das Problem, dass ein Läufer halt nicht ideal steht für diese Struktur. Weiß kann sich jetzt einfach entwickeln. Die laufen nach E2 und kriegt aus meiner Sicht eine ganz angenehme Stellung. Hier gibt es eine Partie von Keimer, auch aus jüngster Vergangenheit. Ich glaube, Blübauer ist schon auch auf dem Brett bei der Schach-Olympiade, wo ich glaube, Sprenger E4 folgte. Vielleicht weiß, weil ich es hier in der Fall habe. D-Schicht C, Damner A5. Wird es jetzt gleich kompliziert. Aber Weiß behält ein bisschen Vorteil. Turm nach C1, laufen nach E6, Sprenger nach D4. Ich glaube, das ist auch die Partie von Blühbaum. Und in der Partie Keimer gegen Tomaszewski gewann Keimer diese Störung relativ schnell. Ich glaube, in 24 Zügen. Also keine besonders angenehme Variante für Spatz. Aus diesen Gründen spielen in der Praxis die meisten Top-Spieler den Zug. Springer schlägt D5. Wollen dieses E schlägt D5, D4 verhindern. Und danach hat Weiß wieder eine leichte Auswahl. Er möchte nicht unbedingt gleich hier tauschen. Dieser Abtausch, jetzt E schlägt D5, würde komischerweise Schwarz beurteilen. Weil die schwarzen Figuren jetzt ein bisschen mehr Platz kriegen. Und insbesondere dieser Springer fehlt. Und was Schwarz häufig ausnutzen kann, um hier ein Schach zu geben auf A5, bevor Weiß vollkommen entwickelt ist. Zum Beispiel lauf in der E2, Dame A5, Schach. Und die Störung gibt nicht besonders viel her. Oder auch C schlägt D4, noch besser. Sprenger schlägt D4, jetzt Dame A5, Schach. Und auch damit D2. Zack. Verlieren wir die Dame. Und deshalb sagt Weiß ich jetzt, nö, ich habe doch erreicht, was ich wollte. Du musst mit dem Springer zurückschlagen. Hast damit nicht mehr so große Zentrumskontrolle. Ich ändere jetzt meine Lehne. Und das Interessante dieser Steuerung ist, Weiß stellt jetzt weiter D4 zurück. Und sehr häufig wird hier auf Königsangriff gespielt. Mit ziemlich aggressiven Methoden. Eine der ersten, oder nicht der ersten, aber der großen Musterpartien für diese Variante war 2018, als Jan Nepomneschi, seines Zeichens, Vize-Weltmeister, Sieger im Kandidatenturnier, im entscheidenden Match, Russland gegen Frankreich in der letzten Runde, mit Weiß, die sie schon auf dem Brett hatte, Baunach H4 spielte und sehr, sehr schnell die Partie gewann gegen Etienne Bakro. Nichts verwechseln mit Etienne Gartier. Also, auch das sehen wir häufiger in dieser Variante. Weiß dachte, ich habe ein stabiles Zentrum hier. Ich kann jetzt zum Königsangriff übergehen, wenn dein Springer ein bisschen weg ist. Und wir gucken uns kurz an, wie die Partie weiterlief. Nicht erzwungen, aber Baunach H4, tatsächlich ein sehr typisches Muster. Baunach B6, Dame nach B1. Wieder ein kryptischer Zug, aber werft den Blick recht offensichtlich Richtung H7. Und wenn Schwarz naiv Läufer nach B7 spielen würde, kämen wir schon später nach G5. Wird hier Matt drohen und die schwarze Störung ist extremst gefährdet. Jetzt haben wir Baunach G6. Und Weiß kann hier an brutalen Tagen schon den Springer opfern. Springer schlicht H7, König schlicht H7, Baunach H5. Variante geht noch ein bisschen weiter, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass Schwarz diesen Angriff der weißen Figuren überlebt. Jetzt wo der Turm auf H1 auch ins Spiel gekommen ist. Baquos spielte deshalb den Zugbauer nach H6, um Springer nach G5 zu verhindern. Aber Nepomni Ché ließ nicht locker. Sagt hier, Angriffsmarke, Spielbauer nach G4. Es sieht ein bisschen nach Wild Westschau aus, aber es ist strategisch absolut fundiert, weil Weiß eine sehr stabile Mitte hat. Und die Störung ist tatsächlich schon ziemlich unangenehm für Schwarz. Es kann laufen nach B7, Turm nach H3. Verteile ich diesen Springer, bereite G5 vor. Spreche nach D7, Baunach G5. Schwarz muss irgendwie versuchen, den Laden hier geschlossen zu halten mit Baunach H5. Und Nepomni Ché gewann diese Partie relativ schnell und brutal. Spreche nach D3 noch besser ist, laut meiner Engine. Baunach G6, Baunach F5, Baunach C4. Und Weiß hat sehr, sehr ernsthaften Truppen. Königst Flügel. Wir gehen ein bisschen zurück. Das hier ist, wie gesagt, eine Stellung, die man relativ häufig sieht. Zuletzt haben die meisten Weißspieler nicht auf den Zug Bauer nach H4 gesetzt. Ich sehe nach wie vor interessant halte, aber zuletzt nicht so in Mode. Ich glaube, Computer sagen, Sprenger C6 ist besser als B6. Und man weiß jetzt denselben Plan, versucht mit Dame nach B1. Dann ist Schwarz bereit, mit F5 dieses Spiel zu blocken. Und die schwarze Schlange ist ganz okay. Das heißt, der Trend und auch der Zug, den Kaimer zuletzt zweimal gespielt hat, hier erst mal Dame nach C2 zu spielen. Bisschen flexibler zu bleiben. Dame könnte auch nach B1, aber C2 sieht natürlich ein bisschen natürlicher aus. Der Nachteil ist, sie kann mit Sprenger B4 genervt werden, aber dann würde sie zurückgehen nach B1. Und der Springer hätte ja nicht besonders viel zu suchen. Und sie noch offen zu halten, ob Weiß hier H4, Sprenger G5 spielen möchte. Da erst mal A3, das Feld kontrollieren, Läufer raus. Oder einfach in Anführungszeichen normal entwickeln und dann später den D-Bowern ziehen. Und auch diese Steuerung ist durchaus giftig für Schwarz. Hier toben noch die Theorie-Duelle. Schwarz spielt meistens Sprenger nach C6. Kaimer bevorzugt jetzt den Zug. A3 nimmt hier einen Timeout, um Sprenger B4 zu verhindern. Und wenn Schwarz jetzt B6 spielt, was wieder logisch aussieht, um den Läufer zu entwickeln, dann ist es an der Zeit, mit Bau nach H4 wieder anzufangen, Stress zu machen. Wieder mit der Idee, die wir schon kennen, auf Läufer nach B7, Sprenger G5 zu spielen. Und der Angriff ist tatsächlich schon kaum noch zu stoppen. Es droht hier, Dame schlägt H7 Schachmatt. Schwarz müsste G6 spielen. Und wieder weiß die Option, wenn er möchte, hier zu opfern, auf H7. Das ist extrem gefährlich für Schwarz. Der Computer sagt hier, ist noch nicht sofort matt. Er sagt, es ist noch besser, uns erstmal mit Läufer C4 zu entwickeln und hier alle Optionen offen zu halten. Diese Stellung ist schon extremst, extremst wackelig und schwarz. Es hat sich gezeigt, dass B6 hier ein bisschen langsam ist. Die letzten Theorie-Duelle liefen irgendwie umso varianten wie Läufer nach D7, nach H4. Nicht ganz so durchschlagend ist, weil der Läufer auf D7 besser steht, um hier dieses F5 und Abblocken zu unterstützen. Trotzdem eine interessante Stellung. Ich glaube, Kaimer hat hier zuletzt einmal Läufer nach D3 gespielt, mit Komplikationen. Noch einmal Läufer E2 gespielt. Der Läufer auf D7 steht nicht so toll. Jetzt kann ich normal spielen. Läufer E2, kurz hoch gerade. Und da versuchen, ein bisschen Druck zu entfachen. Also nicht so, dass weiß hier zwingend gewinnt, aber schwarz hat auch noch kein besonders zuverlässiges Gegengift gegen diesen Plan gefunden. Also auf das gängige Läufer E7 sich mit B3 hinzustellen, kurze hoch gerade laufen nach B2. Und dann wichtig, sobald C5 kommt, C schlicht D5 im Zentrum nach einer Erklärung zu fragen. Wenn schwarz eh schlicht D5 spielt, dann spielt weiß einfach normal und sagt hier, du hast potenziell eine Schwäche auf D5. Die versuche ich auszunutzen. Und wenn Springer schlicht D5 gespielt wird, dann sagt weiß, das ist nicht mehr so viel Zentrumskontrolle. Der Springer lässt seinen König alleine. Vielleicht wird er hier versuchen, es anzugreifen. Entweder mit Dame C2 und dann diesem Plan A3, H4 oder auch mit dem sofortigen H4, was wir vorhin in der Bomnischie gesehen haben. Ebenfalls sehr, sehr gefährlich für schwarz. Schwarz könnte natürlich anstelle von C5 auch erstmal ruhiger spielen mit Bau nach B6. Aber Bau nach B6 ist zum einen nicht immer ideal für diese Strukturen, wenn hier geschlagen wird. Sagen wir es so, will der Läufer jetzt nicht wirklich nach B7. Und man könnte wieder so spielen und argumentieren, dass Bau nach B6 hier nicht so richtig reinpasst. Das ist die rationale Option für die aggressiveren Typen da draußen. Gibt es auch den Plan, Turm nach G1 zu spielen. Sieht wieder ein bisschen merkwürdig aus. Aber es ist eine legitime Option, die starke Spieler wie Duda in letzter Zeit verwendet haben. Und die Idee ist tatsächlich, hier, du spielst B6 ein bisschen langsam. Aber ich versuche mit meinem G-Bauern sofort Stress zu machen, was wieder zu sehr, sehr kompliziertem Spiel führt. Tür 3 wäre irgendwie ein Mittelweg, wie auch nach G3 zu spielen. Und bei Bedarf Läufern. G2 auch ein Aufbau, den keinmal gerne wählt. Wenn Schwarz ein bisschen langsamer spielt, dann der andere Läufer auch noch zu 4 kettieren. Und sich immer noch offen zu halten. Auf D5 zu schlagen und D4 folgen zu lassen. Also keine leichten Wege für Schwarz nach Läufer nach E7. Und das hat dazu geführt, dass die Leute sich hier ein bisschen auf die Suche nach Alternativen begeben haben. Ich habe schon ein bisschen über C5 gesprochen. Was mir hier nicht so gefällt, weil Weiß jetzt dieses C schlicht D, E schlicht D. Sagen wir Schach oder erst D4. Und auf der B5, Sprenz C6, D4 hat. Wonach, ich denke, das Weiß ganz gute Chancen hat. Letzte Zeit hat Schwarz hier auch mit vielen anderen Zügen experimentiert. Von Nepomnesche haben wir zum Beispiel den Zugbau nach B6 gesehen. Und das typische, die Idee ist, Schwarz möchte die Läufer E7 noch zurückstellen und den Läufer bei Bedarf nach D6 stellen. Aber sich die Karten hier noch offen halten. Ich überlege gerade, ob in Nepomnesche wie der Läufer D6 oder mit B6 angefangen hat. Ja, kommt heute gleich raus. Das typische, was weiß ich, wäre wieder auch nach B3 zu spielen. Läufer nach B7, Läufer nach B2. Jetzt erstmal zu gucken, Schwarz spielt hier häufig noch A6. Mit der Absicht, er möchte den Läufer E7 stellen, aber er möchte nicht gleich genervt werden. Von Schwarz nach B5. Mit Schwarz hier häufig noch A6. Und jetzt hätte weiß die Wahl, wieder keimermäßig G3 Läufer G2 zu spielen. Mit komplizierter Störung, die aber ich denke, ganz angenehm ist für weiß. Oder im Zentrum die Lage zu klären. C schlägt D. Mit Schwarz mit dem Bauern schlägt. Dann entweder Bauern nach D4 zu spielen, diese Struktur. Oder zu wehren Manövern zu greifen. Wie wäre es? Ich glaube, in der Partie von einmal gegen den Bomnesche, wenn wir ein bisschen anderen Software gesehen haben. Wie Springer nach E2. Das ist der Lieblingsloch des Computers, um diesen Springer bei Bedarf hierhin zu überführen. Also B6, Läufer B7, A6 in letzter Zeit im Kommen, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ein weiterer Zug ist Läufer nach D6, der an Popularität gewonnen hat. Aber auch hier bleibt weiß wieder, ist er bei seinem Plan. Spielbau nach B3. Schwarz rochiert und Läufer nach B2. Jetzt haben wir dieselbe Störung wie eben, nur mit dem Läufer auf D6 statt mit dem Läufer auf E7. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, für diese Strukturen nach C5 ist der Läufer ein bisschen besser platziert im Falle von C schlicht D, E schlicht D und D4. Aber trotzdem ist auch diese Störung aus meiner Sicht nicht besonders einfach für Schwarz. Und Keimer hatte diese Störung auch vor nicht allzu langer Zeit auf dem Brett. Gegen weiteren Weltklassemann, Levon Aronian. Und er spielte einfach so Läufer nach E2. Jetzt wichtig hier, nicht Läufer nach B5, das kennen wir schon. Sondern diesmal bescheiden Läufer nach E2. Kurz auch gerade. Mit komplizierter Isolani-Stellung, aber absolut fairen Chancen für Weiß. Keimer gewann diese Partie gegen Aron. Das ist ja eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, wieder mit dem Springer hier zu schlagen. Aber jetzt ist die Läuferstellung auf D6 nicht so ideal. Das kann Weiß ausnutzen, indem er hier Springer nach E4 spielt. Diesen Läufer angreift, seinen eigenen Läufer freilegt. Der Läufer müsste weg. Und wieder einer dieser verrückten Züge, die wir in diesen Störungen häufiger sehen. Bau nach G4, schlack und zurück. Die beiden ersten Computerzüge in dieser Störung sind Bau nach G4 und Bau nach H4. Beides mit Weißem Vorteil. Schöne neue Welt. Der Plan ist relativ brutal. Ton nach G1, G5 und irgendwie mal setzen. Schwarz kann. Nicht ohne weiteres. Da gegen Konter, weil die Weiße zentrisch schon so stabil ist. Also auch hier, nach Bau nach C5, wenn Schwarz ein bisschen Zeitstum verloren hat, ist C-D, D4. Das richtige Rezept. B6 haben wir, ich glaube, das war die Zufolge in Kaima gegen Nepomneschi. Aufbau kurzem gesehen. Jetzt kann man wieder, so wie Kaima spielte, G3 spielen, gefolgt von Läufer nach G2. Die Partie haben wir, ich glaube, auch separat. Ah, nee, sorry, ich verwechsel die Partien. Das ist Kaima gegen Sevilla. Die Kaima gegen Nepomneschi-Partie haben wir separat auf dem Channel hier auch mal angeguckt. Solche Störungen sind für beide Seiten spielbar. Aber auch hier hat Weiß absolut volles Spiel. Wenn er hier zum Beispiel schlägt und dann auf C5 mit D4 reagiert, würde ich immer noch ein bisschen lieber Weiß haben. Sprich, Läufer D6 ist im Kommen und noch nicht so etabliert, was Weiß machen sollte. Aber der Plan, B3, Läufer B2 und dann mal gucken und auf C5 mit C schlicht D5 reagieren. Funktioniert auch hier ziemlich gut. Das heißt, es gibt nichts unglaublich einfach aus schwarzer Sicht. Mein Lieblingszug mit schwarz wäre wahrscheinlich tatsächlich der Zug D schlicht C4 hier. Hatte ich eingangs schon kurz erwähnt. Läufer schlicht C4 und A6 übergehen in eine Art angenommenes Damen-Gambit, wo man dann argumentiert, dass der Springer auf C3 nicht besonders gut steht. Weiß haben mehrere Möglichkeiten, habe ich euch auch schon erzählt. Die letzte Keimerpartie war hier Bau nach A4, Bau nach C5, Bau nach D4 und wir sind in einer angenommenen Damen-Gambit-Theorie-Variante gelandet mit kompliziertem Spiel. Aber er hat natürlich aus Repertoire-Sicht den Vorteil, dass jetzt nicht jeder Schwarzspieler unbedingt ein Fan des angenommenen Damen-Gambits ist. Und es gibt halt diesen sehr scharfen Zug, Bau nach E4. War auch schon kurz drüber gesprochen, Bau nach B5, Läufer nach B3, Bau nach C5. Jetzt der Bestzug D4, C schlicht D, Springer schlicht D4 und es kann sehr, sehr scharf werden. Schwarz muss ich hier gut auskennen, Läufer B7 zum Beispiel. Wir müssen uns nicht merken, um zu zeigen, wie kompliziert es werden kann. Ich gehe heute davon aus, dass ihr euch alles andere schon gemerkt habt. Spiel weiß E5, wenn der Springer hier in die Mitte geht, dann ist schwarz ein bisschen unterentwickelt und der weiße Angriff kommt sehr, sehr schnell. Und wenn der Springer sich zurückzieht, zack, klacht es hier schon rein. F schlägt E, Springer schlägt E6. Und ihr seht, der Computer ist schon sehr begeistert von der weißen Störung, trotz Minusfigur. Da haben wir hier 7 Schach, wenn die Dame hier hingeht, ist es schwer für schwarz, die Figuren rauszukriegen. König ist in der Mitte, es bleibt unangenehm. Also hier gibt es noch viel Platz für Theorie-Duelle. Computer sagt hier, Erstspringer BD7 ist genauer als Läufer B7. Ich glaube, das war eine Partie. Grischuk gegen Kramnek, Läufer E3. Auch sehr, sehr kompliziertes Spiel. Aber Stand jetzt wäre das wahrscheinlich mein bevorzugter Zug. Gegen das KMASystem aus schwarzer Sicht, wenn euch das droht. Aber aus weißer Sicht, Springer C3, B3, Läufer B2, auf C5, auf D5 schlagen und dann mal gucken, ist ein relativ leichtes System, was trotzdem viel Gift beinhaltet. So, man kann das mal probieren. Kommen wir jetzt zu Alternativen, die schwarz ganz am Anfang gehabt nach Springer F3, D5. Die meisten Leute spielen zwar Springer F6, C4, E6 und wir kriegen die Störung, die wir schon behandelt haben. Aber schwarz ist natürlich nicht gezwungen zu Springer F6. Eins, wo wir auch häufiger sehen, ist, wie wir es mit vertauschten Farben auch sehen würden. Schwarz spielt Bauer nach C5. Versucht hier gleich Raum zu greifen in der Mitte. Und die Hauptidee von diesem C5 ist, dass wenn weiß jetzt mit C4 ankommt, dass schwarz jetzt bereit ist, D4 zu spielen. Das wäre eine Art Benoni mit vertauschten Farben. Ist nicht jedermanns Sache und die meisten Weißspieler wollen diese Störung nicht haben. Ihr könnt hier sogar, wie heißt das Blumenfeld mit vertauschten Farben ausmachen nach B4. Aber auch hier sind die Computer nicht begeistert und sagen, kann er bei uns schlagen oder Spender F6 spielen. Schwarz hat eine gute Stellung. Also das wollen die meisten Weißspieler nicht, dieses C4, D4. Und der Hauptzug ist hier, erstmal Bau nach B3 zu spielen und zu gucken, was schwarz macht. Wo schwarz eine relativ breite Auswahl hat. Hier haben wir zuletzt auch vier Partien gesehen. Ich glaube, Keimer hatte mehrfach hier Bau nach G6 auf dem Brett. Mit der Absicht, diesen Läufer zu 4 anketieren. Läufer nach B2, Spender F6. Und jetzt spielt Weißbau nach C4. Jetzt, wo er die Kontrolle über dieses Feld D4 hat. Die Partien lernen, wie schlägt, schlägt. Läufer nach G7. Weiß hat minimalen Vorteil. Auch hier spielt später Bau nach D4. Keimer hat hier gegen E1 eine schöne Partie gewonnen. Ah, ging mal mit Jarow, glaube ich. Also, ist gut spielbar für schwarz, aber auch nicht das Ende vom Lied. Was ich mit schwarz machen würde, wäre wahrscheinlich hier einfach sperren nach C6 zu spielen. Das wollen die meisten nicht, weil sie Angst haben, hier gefesselt zu werden mit Läufer nach B5. Jetzt haben wir eine Art Nimm zu Inner mit Weißem mehr Tempo, wobei es schon den Bauern auf B3 hat. Was sehr, sehr nützlich ist im Nimm zu Inner. Aber trotzdem hatte ich diese Störung für einigermaßen spielbar für schwarz, wenn man es hier passiv spielt. Mit Läufer nach D7, E6 und Sprener nach F6. Aber trotzdem ist es natürlich auch für Weiß eine absolut spielbare Stellung. Kann man sagen, aber doch gerade. E6, Läufer nach B2, Sprener nach F6. Und jetzt kann Weiß nicht entscheiden. Viele spielen gerne den etwas direkteren Plan mit Läufer nach C6, Sprener nach E5 und die Idee ist, Bauern nach D3 zu spielen. Sprener nach D2, Bauern nach F4 und dann später am Königsflügel anzugreifen. Ich denke, wenn es schwarz präzise ist, ist der Angriff nicht so gefährlich. Irgendwie sowas. Jetzt läuft er weg und Sprener nach D7. Ich denke, er sollte schwarz aushalten. Das ist objektiv ganz okay. Aber ist trotzdem ein relativ simpler Plan aus weißer Sicht, der populär ist. Ein bisschen zurückgehen. Denn ich denke, kritischer ist hier wieder, jetzt wo D4 nicht mehr so in der Luft liegt, Bauern nach C4 zu spielen. Mit der Absicht, C schlicht D5 und D4 folgen zu lassen. Und ein bisschen Druck auf die schwarze Schlange zu machen. Aber das ist eine Variante, für die ich aus schwarzer Sicht durchaus sympathiere. Jetzt zum Beispiel schlagen und Läufer raus. Und ich denke, das ist eine ganz gute Spielüberstellung für die Schwarzspieler auch ist. Also Bauern nach C5 halte ich für keinen schlechten Zug. Ist aber nicht so populär wie Sprenger nach F6. Schwarz hat ja auch noch andere Möglichkeiten. Bauern nach A6 haben wir gleich vor kurzem gesehen. War es von Wiedit gegen Kreimer. Der Wieler auf der B2. Sprenger C6. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Partie ging. Und Bauern nach D4. Also Schwarz kann das Mögliche probieren. Aber nichts, was unglaublich simpel seine Probleme lösen würde. Weiß kriegt eigentlich immer eine relativ vollwertige Partie. Wie gesagt, es kann sich ändern, wenn diese Varianten noch tiefer analysiert werden. Und es irgendwann wie D4-Haufvarianten ist, wo man sagt, ja. Gegen Sprenger F3, D5, E3, Sprenger F6, C4, E6. Sprenger C3, D schlicht C4. Ist nicht viel zu machen. Oder Läufer E7 ist nicht viel zu machen. Aber im Moment ist noch so viel im Flux, dass Weiß da relativ viele vollwertige Partien kriegt. Und gerade für Kämpfer, also nicht unbedingt für mich, aber für Spieler, die Selbstvertrauen haben, ihre Gegner aus Stellung mit vielen Figuren auf dem Brett überspielen zu können. Ist, glaube ich, dieses Sprenger F3 gefolgt von E3. Eine interessante Option. Zum Abschluss zu diesem Thema noch hier. Schwarz könnte auch Läufer nach G4 spielen. Aber Läufer G4 hat den Nachteil, den wir schon kennen, dass der Bauer auf B7 bisschen alleine abgelassen wird. Und häufig ist, wenn dieser Läufer früh rauszieht, dazu weiß das Signal, C4 zu spielen. Und dann mal der Dame hier anzukommen. Und hier ist es nicht anders nach C4. Sagen wir E6. C schlicht D, E schlicht D. Hier gab es eine Partie. Ich glaube, keinmal gegen Eric Hansen in letzter Zeit, wo Dame nach B3 kam. Und Eric Hansen mit dem Läufer. Wieder schnell zurückkehren musste nach Hause. Was wieder nicht das Ende der Welt ist, aber trotzdem auch nicht unbedingt die Idee. Von Lauf nach G4. Also wir können es merken. So frühe Läuferausflüge werden fast immer mit C4 gekontert. Und dann ist damit B3 ein Thema, um den Bauer auf B7 anzugreifen. Das war es eigentlich schon. Nach Sprenger F3, D5, Bauner E3 mit der Absicht, C4, Sprenger C3, B3, Läufer B2 zu spielen. Und dann mal gucken. Ist ein System, das im Kommen ist, zu interessanten Partien führt. Führt nicht zwingend zu Eröffnungsvorteil, aber es führt zu kompliziertem Spiel. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich soll noch kurz erklären. Ich habe es eingangs schon gesagt. Nach Sprenger F6 ist E3 nicht ganz so populär wie nach D5. Hauptsache, weil dieser Bau nach C4 hat noch nichts angreift. Hier könnte Schwarz jetzt zum Beispiel ganz gut G6 spielen, Läufer G7, Rochade und sagen, du hast E3 gespielt. Das bringt mich nicht um. Trotzdem kann Weiß das natürlich machen. Er kann hier auch Bau nach B3 spielen, was viele Spezialisten auch gerne spielen. Um dann Läufer B2 und vielleicht später E3 und C4 folgen zu lassen. Aber aus meiner Sicht ist der kritische Zug nach Schmeier F3, Schmeier F6, Bau nach C4. Und dann gucken, was passiert. Kann wieder zu unserer Variante führen. Gar nicht unwahrscheinlich. Wenn Schwarzbau nach E6 spielt, Springer nach C3. Schwarzspielbau nach D5. Schwarzspielbau nach E3. Und wir sind wieder in dem Terrain, was wir schon kennen. Und wollen B3 Läufer B2 folgen lassen. So, das war die, ich weiß nicht, ob wir es Geheimwaffe nennen können. Ist nicht so geheim. Wir sehen ja alle die Partien. Aber die Vincent-Kalmer-Waffe, die ihm zuletzt sehr, sehr gute Ergebnisse beschert hat. Springer F3, gefolgt von E3. Ich weiß nicht. Es ist keine Trickvariante, mit der man schnell gewinnen kann. Aber es ist eine Variante, die zu komplizierten Spiel führt. Mit dem Brett voller Figuren. Also für den einen oder anderen. Mag es was sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns in der nächsten Schachschuhn-Folge. Wenn ihr Spaß habt. Vielleicht gucken wir uns dann mal den Zug G3 an. Die RITI-Eröffnung. Zuletzt auch sehr im Kommen. Bis dahin. Ciao.